Und weiter geht's, hier im Planschbeckenlevel bei New Smile Bros. You! Ihr hört richtig hier bei Minzmeer 4, mal guckt was uns hier so erwartet, nicht wahr? So, unser Waldhof ist da, ein paar Fichte uns gerne wegsnappen würden und da ist ein Baby Yoshi! Yoshi Yoshi! Na, Yoshi, kannst du uns auch wegsnacken? Offenbar nicht so, wahr? Yoshi Yoshi! Was hat's hier noch für ein Level? Das wäre dann Chip-Chip-Hürnflug! Oh! Chip-Chip-On-Chap! Rettet uns recht! Das klingt jetzt schon mal gut, ich hab den Hürnflug weniger! Mein Flug ist automatisch auch Fall. Genau, Yoshi! Das war clever! Yoshi ist weg! Mein Baby Yoshi ist futsch! Oh, da ist er wieder! Yoshi, komm runter! Oh, da ist er! Oh! 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 Ich meine, ganz ehrlich Leute, wir waren da zwar ein bisschen weiter oben, aber man sah es ja trotzdem, oder? Es geht hier noch ein bisschen runter, nicht gleich zur Hölle persönlich. Also da kapiere ich das nicht ganz, aber egal. Jetzt Joschi daheim! Nein, da wollte er gar nicht Joschi! Joschi! Wer ist Joschi? Ich habe Joschi getötet. Wie kann ich bloß, Joschi? Ich war so ein treuer Dino. Wir werden ihn alle vermissen. Ähm, ja, das Leben werde ich auch vermissen. Joschi, Joschi, ich brauche dich Joschi! Komm zurück, mein treuer Haus Dino! Er will nicht mehr. Recht hat er. So, zumindest mal die erste Stärmünze ist ja wichtig als Joschi, nicht wahr? Alter! Oh, das war auch toll. Das war super intelligent! Alter! Wo kommen die Fische bloß her? Wir sind ja im Himmel oben! Hallo? Himmelsfische oder was? Mann, ey! Nervige Himmelsfische auch noch! Alter! Nein! Die P-Münzen! Die P-Münzen! Die Blau-Münzen! Und der tote Mario! Oh, wie ich das hasse, ey! Oh, no! Ja, let's go! Du machst das ja gerne, du Mario, nicht wahr? Zack! So, und jetzt hopp! Und Knock upstream! Mal wissen, was von One Piece mit einbringen, wa? So, Joschi! Du wirst Gebrauch auch! Joschi! Joschi, Joschi, Joschi! Ich bin der Joschi! Und ich liebe Früchte! Ähm, Fisch auch! Ah, Joschi! Hallo, Fischi! Ja! Fischen mag auch! Joschi ist ein Allesfresser! Und ein Allesfehler! Wieso ist jetzt da nicht draufgegangen, Joschi? Joschi? Ah, immer nur Ärger mit Joschi, das heisst Hopsi mal wieder! Äh, Hopsi Mopsi! Mann, ey! Wieso haben wir denn hier so... Oh, Mopsi! Mopsi, Mopsi, Mopsi! Ich mopse alles! Ja, let's go! Ich guck, guck! Fang, Mopsi! Mopsi, Ueloaded! Die Zweite! Wow, was machst du hier? Das ist eine gute Frage, was machst du hier? Weisst du was? Es dauert zu lange! Machen wir es anders! Inventar! Und noch einen Stern haben wir! Das muss aber reichen, um Mopsi zu fangen! Denn das Level ist ziemlich asozial und deshalb muss es gleich durchwaschen! Drei, zwei, eins und... Joschi! Nein! Nein! Mario! Scheisse! Jetzt macht es gar nicht mehr! Nein! Mann! Ey! Das ist doch nie was! Vielleicht flugkönnen kann Pau diese P-Frucht noch? Oder versuch es mal Lohnen noch! Komm schon Mario, ein bisschen vorsichtiger und dann klappt das schon! Ja! Das schreit nach einem Facepalm! Und Joschi hat keinen Bock mehr! Joschi! Mopsi hat keinen Bock mehr! Dann soll er doch abhauen! So dämliche Mopsi! Ich mag ihn doch auch nicht! Ich hasse den richtigen Kind! Knock-Up-Stream! Dankeschön! Und oben bin ich! Na na na! Gut! Jetzt Joschi again! Heim! Wieso Joschi mit ohne fehlen dieses Mal? Nicht wahr? Stambulieren darfst du zwar, aber ohne fehlen! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! So siehst du geht doch! So! Dann kommen wir da hoch und dann hier und dann hier auch noch! Und super! Äh! Oh! Joschi! Juhu! Die Früchte unten hätte ich schon noch gerne! Gut! Wo? Snack und Snack und weg! Nein! Kommt dieser dämliche Pankofisch genau in dem Moment wo ich hoch springe! Und wirf natürlich komplett in den tiefsten Abgrund der Höhle die die Welt jemals gesehen hat! Ich glaube ich kriege ja noch die Motten! Das ist nicht mein Spiel! Ach die Steuerung auch nicht? Äh! Ne! Das hat glaube ich nicht nichts zu tun! Damit wohl nicht! Komm jetzt her Joschi! Nein! Nein! Ich bin aggro! Äh! War ja schnell was! Dööö! Hier war nichts! Da war ein Leben! Scheiss drauf! Da war eine Frucht! Da war eine Stärmünze! Die brauche ich auch noch eine Stärmünze! Die nehme ich auch noch! Alter! Aus dem Weg hier! Mann! Joschi! Ich darf... Du bist doch so blöd zum Kacken! Joschi! Äh! Ich kann ja richtig Aggressionsanfälle! Hä? Chip Chip Höhlenflug! Nämlich ein Chip Chips! Da sind wir aber Chip und Chip um wesentlich lieber! Nein Luigi! Verpiss dich! Du hast ja keinen Auftritt! Das heisst schlusslich New Super Mario Bros! Und ich New Luigi Bros! Yashi! Ah! Fällt mir diesmal wieder? Fuck die Glücksfee! Hab doch keine Ahnung! Na klar! Das wäre eine super Idee so! Jaaa! Ein bisschen Kassation! Dann klappt es vielleicht besser! Schau so viel Frücher da unten! Da habe ich jetzt keinen Bock drauf! Nein! Jetzt kann ich von hinten auch noch! Wie fies können solche Chip Chips eigentlich sein? Wow! Alter Mario ey! Also Chip und Chap war niemals so fies! Ich vermiss Chip und Chap! Das war knapp! Yashi! Ah! Jetzt Yashi Agent! Alter! Jetzt habe ich mit dem Fischen da unten! Den hole ich mir! Den hole ich mir! Den hole ich mir! Den hole ich mir! Aber ohne Yashi! Ja da mit! Seht ihr! Es geht doch! Ich muss nur ein bisschen Geduld haben! Und immer schön seinem braven aber doofen Yashi zusprechen! Jaaa! Gut gemacht! Yashi! Und vermopst dich! Kein Bock auf den! Chip Chip Höhenfl- Nein! Hilfe! Der Banter war angeflogen! Komm jetzt her Yashi! Uh! Danke! Das ist auch clever! Ah nein! Yoshi! Alter! Jetzt sucht er! Komm schon! Knock Up Stream! Dankeschön! Huh! Huh! So, suchen wir es nochmal! Es muss doch nicht klappen! Ah! So, natürlich nicht! Scheiss auf Yashi! Mach's halt ohne ihn! Wenn man sieht, klappt sie auch hervorragend! Ah! Wow! Au! Alter! Nein! Nein! Von beiden Seiten umzingelt! Wir gehen die Leben aus! Wir gehen die Leben aus! Und langsam! Leider auch die Ausreden! Yeah! Yoshi again! Yoshi fehlt again! Stauze Yoshi! Ich fehle ja nicht! Du bist derjenige der fehlt! Ja! Man sieht es gerade! Huh! Und jetzt da hoch! So! Dankeschön! Nein! Was? Wieso? Ich habe mich auf den Gegner und den Stream konzentriert! Und doch nicht auf den dämlichen Boden! Okimura! Will ich aber gar nicht gehen? Da habe ich gar keinen Bock drauf! Was machen wir da? Nein! Ich weiss es nicht! So! Nein! 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 Oshiii! Du kannst dich doch nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren! Auf Knock-Up-Stream! Auf die Fische! Die von Panasonic angeflogen kommen! Dann noch auf Mario! Auf Yoshi! Und da! Das war eigentlich da unten schon wieder! Ah! Ich meine etwas! Ein kleiner Lichtblick am Horizont! So! Und jetzt den noch weggesnackt! Dankeschön! Und da! Aus dem Weg da unten! Keinen Bock auf den! Ich gehe direkt weiter! Ja! Sonst fehle ich noch mehr! So! Dann da durch! Ja! Sieht schon mal nicht so schlecht aus! Nein! Wie du nicht da empfehlen würden! Ja! So! Alter! Das ist eine Röhre! Scheiss auf die Röhre! Oder? Scheiss auf die Röhre! Ich weiss nicht! Scheiss auf die Röhre! Scheiss nicht auf die Röhre! Kommt da überhaupt durch? Mit Yoshi? Nein! Ich weiss nicht! Na ja! Mal gucken! Vielleicht klappt es ja sogar! Vielleicht! Vielleicht auch nicht! Na toll! Und Profblock! Was soll denn der bringen? Äh! Okay! Ah! Wow! Das wäre fast zu knapp gewesen! Ja! Ich schaff's noch! Ich schaff's noch! Wir kriegen's hin! Wir kriegen's hin! Wir kriegen's hin! Und ganz weit! Noch ab Stream! Scheiss auf Yoshi! Scheiss auf Yoshi! Äh Yoshi! Komm her! Ja! Komm schon mal! Scheiss drauf! Ah! Wir sind gerade die kleinsten Sorgen hier! Wir haben es doch noch geschafft! Level beendet! Mario Time! Ah! Ich freue mich! Hä? Was ist jetzt los? Da hast du noch mal deine Hilfe! Hier! Greif zu! Hä? Was zum? Mini Pilz? Sjuuu! Yeah! Mini Mushroom! Was auch immer das sein soll! So! Nächstes Leben! Dann geht's bald zu! Tod Drachen als Grotte! Ach du Scheisse! Mit einem? Im Leben! Ja! Hier sieht es schonmal ziemlich easy peasy aus bis jetzt noch! Oh nein! Unter Wasser! Da ist doch Feilen bei mir vorprogrammiert! Goldene Chipchips! Gut! Das sieht jetzt noch relativ easy aus! Woah! Der kommt einfach aus dem Nowhere! Macht überhaupt nichts! Ja! Ich schwimme nur ein bisschen schneller! Ja! Ich schwimme ein bisschen schneller! Nein! Natürlich! Uah! Scheiss Vieh! Lass mich in Ruhe! Nein! Er verfolgt mich! Sag doch gleich mal! Nein! Oh oh! Na gleich! Alter! Lass mich doch mal in Ruhe! Äh! Kommt eigentlich auch hier durch! Uah! Ich krieg dich! Ich krieg dich! Ich krieg dich! Glaubst du selber nicht! Scheisse! Du bist zu schnell! Er erinnert mich ein bisschen hier an den Feuerdrachen aus der Queen of Time! Dann Boss aus dem fünften Tempel! Vulvagia! Ja! Er hat auch so einen dämlichen Schnauzen! Uah! Ich krieg dich! Wow! Dann glaubst du ja wohl selber nicht! So! Soweit so gut! Oh 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 oh! Wow! Du mieses Schwein! Wollt nicht auf mich so Fisch! Wow! Das war knapp! Wow! Der streift auf mich noch ganz knapp! Nein! Kann man schneller aus... Kann man nicht! Scheisse! Wollte schneller tauchen! Oh oh! Leute! Ich hasse Wasserlevel! Jetzt wisst ihr auch wieso! Man kann sich so schlecht bewegen! Na klar! Da wird der Chippo-Chippo-Chap! Wow! Treibsand auch noch im Wasser! Na klar ey! Was hätten sonst noch keine Sorgen! Und da kommt er schon wieder weg! Ja! Einfach nur noch weg hier! Ich brauche ein extra Level dafür! Wow! Nein! Du scheiss Viech! Was ist denn bloß so fett ist es? Ja! Komm schon! Komm schon! Und tschüss! Uuuuuh! Ich krieg dich noch! Hm! Wetten würde ich keinen drauf annehmen! Wow! So knapp! Und tschüss! Tschüss du weisseres Viech! Nein! Er kommt schon wieder! Wow! Puh! Alter! Ich hab alle drei! Ich hab alle drei! Nein! Er kommt schon wieder! Der rote! Vorwärts zwei blaue! Mäh! Drachenahle! Hm! Äh! Willst du das verarschen? Wie komm ich denn da durch? Ah! Okay! Es geht doch irgendwie! So und tschüss! Kein Bock mehr auf dich! Wir haben es geschafft Freunde! Wir haben es geschafft! Oder haben wir es geschafft? Yo wir haben! Oh scheisse! Ah! Runter gefahren statt zu springen! Ist dir auch egal! Wir haben es geschafft! Mario time! Wie immer! Wie immer Mario time! Puh! Tschüss! 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 Yeah! Und Mopsy ist immer noch da! Und wir könnten zum Endboss gehen! Aber vorher mache ich noch einen kleinen Besuch bei Toad! Äh! Oh weite im Tafeln! Bringst du bitte jeder von meiner Farbe hier rüber! Tschüss! Wir haben bloß kein blb! Du! Du! Tschüss! Trouf! Verdammt, jetzt hab ich das falsch übersehen! Äh! Welcher war es schon wieder? Welcher war es schon wieder? Nein! Ich weiss jetzt nicht aus welchen Grund da der Bowser war. Ich hoffe es War nicht der! Ja! Glück gehabt! Ein Pilz! Hat sich echt gelohnt! Ja, ich wollte ein Leben haben! Scheiss Toad! Oh Mann, oh Mann! Und ich hab noch zwei Leben! Das ist doch wohl echt beschissen! Ich muss noch mal zurück mal gucken! Ich hab noch was am Anfang übersehen! Aua! Scheiss Fische! Nein! Nein, 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 nein! So, jetzt hat er fertig! Komm her! Ja, komm schon, einer fehlt noch! Einer fehlt noch! Komm her, Mann! Sooo! Und jetzt? Ein Stirn! Oh yes! Den stemmen wir auch gebrauchen können beim M-Boss hier! Wie auch immer der heissen soll, keine Ahnung mehr! Ah, ist doch egal! Unser Inventar sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus! Bis es weiter geht in der nächsten Folge bei News of Mario Bros. You! Vielen Dank wieder mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal! Ciao zusammen!